Das wird die Party des Jahres, Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres, Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres, Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres, Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das wird die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das ist die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Das ist die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Ja, das ist die Party des Jahres. Jesus hat Geburtstag. Hey, was ist denn mit euch los? Hast du es noch nicht gehört? Die Party. Die Party des Jahres ist abgesagt. Wegen Corona. Ey Leute, ich kann bald nicht mehr. Die ganze Zeit fällt alles aus. Mein Volleyball die Klassenfahrt. Und Schule nur daheim ist richtig blöd. Weil kaum ein Lehrer davon halbwegs Ahnung hat. Was ist das für ein Jahr? Was ist das für eine Zeit? Und keiner weiß, wie lang das alles dauert. Und es trifft alle auf der ganzen Welt. Und keiner weiß Bescheid über die Krankheit. Und wie man in der Schule richtig Abstand hält. Dieses Corona ist ein absoluter Mist. Und jeder Woche ändert sich. Was man jetzt darf und was grad nicht. Und keiner blickt mehr richtig durch. Und keiner blickt mehr richtig durch. Was überall verschieden ist. Was ist das für ein Jahr? Was ist das für eine Zeit? Und keiner weiß, wie lang das alles dauert. Es fühlt sich schwer, meine Freunde noch zu sehen. Ich möchte meine Großeltern besuchen. Aber was, wenn jemand stirbt, den ich gut kenn' Denn dieses Corona ist ein absoluter Mist. Mein Lieblingskino ist jetzt weg. Dort öffnet bald ein Spielsalon. Und meine Eltern sind gestresst. Und meine Eltern sind gestresst. Vom Homeoffice nachts am Telefon. Was ist das für ein Jahr? Was ist das für eine Zeit? Ich habe Angst, es gibt so dumme Leute. Mit Facebook-Like-Verschwörungstheorien. Und alle haben Angst um Können heute. Sogar Faschisten wieder Menschen zu sich ziehen. Dieses Corona ist ein absoluter Mist. Hallo? Echt? Okay. Danke. Tschüss. Leute, wisst ihr, wer mich gerade angerufen hat? Ratet ihr nie. Jesus und die Party findet doch statt. Als Videokonferenz. Als Videokonferenz. Wie krass ist das denn? Leute, lasst uns feiern. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wir wollen feiern, denn ist die Idee der Kraft. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Kein Weg schlafen, bis morgen früh um acht. Und ganz egal, was kommt. Wir bleiben nicht allein. Wir bleiben nicht allein. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir füreinander ein. Und ganz egal, was kommt. Wir bleiben nicht allein. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir füreinander ein. Und ganz egal, was kommt. Wir bleiben nicht allein. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir füreinander ein. Und ganz egal, was kommt. Wir bleiben nicht allein. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir füreinander ein. Und ganz egal, was kommt. Wir bleiben nicht allein. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir füreinander ein. Jetzt erst recht. Das ist schön, euch alle zu sehen. Super, dass es geklappt hat. Kennt ihr euch eigentlich alle? Ich stelle euch mal kurz vor. Ach ja, es wäre schön, wenn ihr eure Mikro-Stummen schalten könntet. Besonders die Hirten. Ich habe die ganze Schafgeblöke auf dem Kopfhörer. Also, mal kurz winken. Maria, meine Mama. Gabriel, mein Lieblingsengel aller Zeiten. Neben meiner Mama fehlt gerade noch Josef, mein Dad. Da sind, glaube ich, gerade noch ein paar technische Probleme. Dann meine allerliebste Maria Magdalena. Simon Petrus, stabil wie immer. Und ein Überraschungsgast, Quirinius. Wer ist das denn? Kennt den jemand? Ihr steht aber auch ganz schön auf der Leitung. Wisst ihr nicht? Es begab sich aber zu der Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Ehrlich gesagt nein. Was ist das für eine Story? Okay, könnt ihr vielleicht noch nicht kennen. Wird mal ein ziemlicher Bestseller. Gabi, bringen wir meine Gäste nicht so durcheinander. Wen habe ich denn noch nicht? Ach ja. Noch einer meiner Lieblingswirten. Und natürlich Thomas. Noch einer meiner besten Freunde. Die anderen kommen gleich dazu. Das wird klappen. Papa kümmert sich gerade noch um ein besseres Netz. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Hey, finde ich ja gut, dass deine Mom auch mitfeiert. Wie geht es Ihnen denn? Ach, mich macht diese Zeit im Jesusgeburtstag immer ein bisschen wehmütig. Wisst ihr, das war echt nicht leicht. Was denn? Erzähl doch nochmal. Oh, es gab diese entsetzliche Volkszählung. Ich war damals hochschwanger und tagelang auf einem Esel. Habt ihr schon mal auf einem Esel gesessen? Dann wisst ihr ja, wie das schaukelt. Na ja, es kam, wie es kommen musste. Bei dem Geschlaugle fingen natürlich die Wehen an. Und wir waren noch nicht mal richtig in Bethlehem angekommen. Und Josef hatte natürlich nicht vorgebucht. Das war nicht seine Schuld. In Bethlehem gab es damals noch kein Online-Reservierungssystem, das irgendwie funktioniert hätte. Ja, und dann haben sie uns in einem Stall untergebracht. Nicht gerade das, was man sich für die Geburt seines ersten Kindes vorstellen würde. Und es war gerade noch rechtzeitig. Kaum hatte Josef ein bisschen Platz für uns freigeräumt, gingen die Wehen so richtig los. Ja, und dann hat man dieses verletzliche kleine Kind im Arm. Und alles ist auf einmal wie neu. Alles vergessen, was vorher war. Kannst du glauben, du warst noch klein? Es ist einfach so ein Wunder. Ein kleines Kind verändert die Welt. Ein neuer Anfang, Gott zeigt uns. Ein Stück neu geborene Ewigkeit. Ein kleines Kind und heute bist es du. Wir wünschen dir, bleib im Herzen immer auch das kleine Kind. Ein kleines Kind und heute bist es du. Wir wünschen dir, bleib im Herzen immer auf, das kleine Kind. Und am nächsten Tag kam auch gleich Besuch, den hattet ihr angeschleppt, Gabriel und deine Jungs. Das kann man wohl sagen, so eindrucksvoll sind wir noch nie zu einem Geburtstag eingeladen worden. Ja, ich glaube, Jesus Papa, also der Richtige, nicht sein Dad, sein Stiefpapa, wollte die Sache auch so richtig feiern. Also hat er uns zu den Hürden und ihren Schafen aufs Feld geschickt. Und ihr habt uns echt ganz schön erschreckt, du und deine Flattermänner. Als ich bei meinen Schafen wach, bin ich auf einmal aufgewacht. Das bin ich froh, bin ich froh. Froh, 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 froh. Benedikanus Domino, Benedikanus Domino. Fragte ich noch, was ist denn los? Stand da ein Engel riesengroß. Das bin ich froh, bin ich froh. Froh, 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 froh. Benedikanus Domino, Benedikanus Domino. Hab keine Angst, sagt er zu mir. Ich komm als Bote heut zu dir. Jetzt bin ich froh, bin ich froh. Froh, 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 froh. Benedikanus Domino, Benedikanus Domino. Steh auf und lauf nach Bethlehem. In einem Stall ein Kind zu sehen. Das bin ich froh, bin ich froh. Froh, 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 froh. Benedikanus Domino, Benedikanus Domino. Und dieses Kind so süß und klein wird unser aller Rettung sein. Das bin ich froh, bin ich froh. Froh, 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 froh. Benedikanus Domino, Benedikanus Domino. Hohe, froh, 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 froh. Singen wir mit Kind, Halleluja! Musik Na, da hattest du auf jeden Fall einen legendären Start. Und irgendwann sind wir uns dann über den Wölk gelaufen. Da warst du aber schon echt ganz gut in Übung mit deinen Hurnern und so. Ist doch klar, bei dem Papa. Aber das muss ich sagen, die Zeit mit dir war echt besonders. Ja, das finde ich auch. Und hatten wir einen Spaß. Das war viel spannender als Fische fangen oder Netze flicken. Menschen, Frank, hattest du immer gesagt. Wir haben es ja nicht gleich verstanden. Aber heute können wir wirklich sagen, unser Netz... Das hält. Musik Wir sind dein Netz, wir lassen dich nicht fallen. Wir sind dein Netz, wir denken an dich. Wir sind dein Netz, wir tragen von uns allen. Fühlst du dich sicher und sagst, es steht für dich. Wir sind dein Netz. Dein Netz, dein Netz. Fängt dich auf, wenn du fällst. Dein Netz, bleibt dir das, was dich hält. Wir sind dein Netz, wir lassen dich nicht fallen. Wir sind dein Netz, wir denken an dich. Wir sind dein Netz, wir tragen von uns allen. Fühlst du dich sicher und weißt, es steht für sich. Wir sind dein Netz. Dein Netz, dein Netz, bleibt für immer für dich da. Dein Netz, dein Netz, zusammen ist doch klar. Wir sind dein Netz, wir lassen dich nicht fallen. Wir sind dein Netz, wir denken an dich. Wir sind dein Netz, wir tragen von uns allen. Fühlst du dich sicher und weißt, es steht für dich. Wir sind dein Netz. Dein Netz, dein Netz, ist doch für dir richtig heil. Denn auch du bist ein Knoten, bist ein Teil von deinem Netz. Wir sind dein Netz, wir lassen dich nicht fallen. Wir sind dein Netz, wir denken an dich. Wir sind dein Netz, getragen von uns allen. Fühlst du dich sicher und weißt, es steht für sich. Wir sind dein Netz. Hey und sag mal, willst du nicht mal ans Geschenke auspacken gehen? Habt ihr mir denn? Na klar, was denkst du denn? Auspacken, auspacken. Ist ja gut. Hier zur Erinnerung. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Also sag mal, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Wie damals, daran kannst du dich natürlich nicht erinnern. Deine Mutter erzählt es dir nach dem Musical, ja? So was Krasses haben wir natürlich nicht für dich. Aber schau hier, von Andreas und mir. Ein Fisch untersteht ja sogar was drauf. Ichtes. Ja, zur Erinnerung an alte Zeiten. Und eines Tages erinnert er die Leute an dich. Du wirst schon sehen, sie malen sich ihnen hinten auf ihre Autos und fahren damit herum. Da passt meins perfekt dazu. Schön, aber was ist das? Du wirst sehen, das trägt man später einmal so und erinnert sich an dich. Hier ist mein Geschenk für dich. Das ist wunderschön. Ich hatte mir vorgestellt, du kannst dir damit den Schweiß abwischen, wenn es mal anstrengend wird. Ach, Josef, Dad, da bist du ja endlich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Tja, bei deinem Herrn Papa dauert es mal ein bisschen länger, bis die Leitung steht. Egal jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Ich scheine ja gerade noch rechtzeitig zu kommen, um meinem Geschenk zu überreichen. Was? Hier, endlich mal was Nützliches. Eine Zimmermanns-Axt. Wie cool. Na, ich dachte, wenn es mit den Wunderheilungen mal nicht so klappt und es den Leuten zu schwer wird, deinen Gleichnissen zuzuhören. Ach, Dad, du bist der Beste. Aber mach dir mal keine Sorgen. Das wird schon alles. Ein Hoch auf Jesus, seine Mom und sein Dad. Und auf den Papa natürlich auch. Los, Leute, macht mit. Mal ein bisschen Stimmung hier. Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag. Komm, lass dich feiern, heute ist der Tag, dass du dich heute feiern lässt, das steht doch im Vertrag. Denn Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag. Schau bitte ne Kerzen an und du pustest sie aus, durchsuchst du auch alle auf einmal, denn kommst du viele Bluts. Denn Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag. Denn Kuchen ist so groß und schön und jeder will ein Stück, das heute ist so neu, wir haben so ein Glück. Denn Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag. Und dass du heute Geburtstag hast, merkst du auch an den Geschenken, du kannst den Freunden zeigen dir, wie sehr wir an dich denken. Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag, Jesus hat Geburtstag. Leute, ich bin überwältigt, du weißt gar nicht, was ich sagen soll. Du sollst ja auch nicht sagen, du sollst endlich den Kuchen anschneiden. Aber erst die Kerzen auspusten. Das machen wir dann. Passt auf. Eins, zwei, drei. La 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 Wir wünschen dir zu deinem Fest, dass du heute fröhlich bist. Dass du mich tüchtig feiern lässt und dass du uns nie vergisst. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wir wünschen dir stets gute Freude, wir sind für dich da. Und wenn du auch mal traurig bist, auch dann, das ist doch klar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wir wünschen dir ein offenes Herz, ein lachendes Gesicht. Ein waches Auge und ein Mund, der klare Worte spricht. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wir wünschen dir fürs neue Jahr viel Spaß, viel Kraft, viel Glück. Komm heute einen schönen Tag und denk gern an ihn zurück. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jesus, du hattest recht, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir denken aneinander und wir feiern miteinander. Und wenn wir uns zur Zeit nicht umarmen dürfen, weil wir niemanden anstecken wollen, denken wir umso mehr an euch alle. Jesus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jesus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und uns alle frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Jesus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jesus hat Geburtstag 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 Untertitelung des ZDF, 2020